da kann ich wieder mal ein video hochladen ja dann link ist immer noch wieder in dem tier ist ja nicht reingespant hier ich habe ja einmal mal ein livestream gemacht bei crossout dann wird das ja automatisch und schuldigung aber wird es dann automatisch hier hochgeladen so ungeschnitten auf twitter über youtube da kannst du unten zum beispiel für dich auch kriegst du kannst auf den link unten gehen das schießt ja einmal warnweißer und einmal tiger tiger ist hier im mario ich habe ja auch ein youtube-channel die verstecken sich dahin die haben angst vor uns ich bin drin ich bin hinten bei max oder max wie der heißt ich hatte hier kommen gleich drinnen war doch easy oder was naja war ja fast abzusehen wir wollen ja nicht hochmütig sein aber das ist unser erster kampf in dieser zusammensetzung die erste konstellation jetzt kommen wir einfach mal draufhauen wenn wir jetzt verlieren ja da stehen sie wieder hinten jetzt geh ich nicht als erster rein der hat mich von hinten gefüßt was bin ich von hinten genommen? ich hab viel zu früh Invis gemacht scheiße ich kann rein, wenn ihr wollt ich fahr durch, ist egal ich bin nicht gekloppt ähhhhh vielleicht gehen wir mal auf die Runde Mark oder wie weiß uah fuck aah ok so, Mammut ist Geschichte und ich hab gegen zwei Opfer galen ja ich versuchte dir zu helfen hui was macht er denn? Abfliege? beim Trigger warte ich seh gar nicht wo ich hinschießen muss und sie auf den langsten Typen muss man aufpassen ja er wird einen rausnehmen wollen das ist meistens so der wird bestimmt mich nehmen der wird bestimmt mich nehmen wenn ich die Breaker habe die Breacher Waffen wer hat die Breaker hier? Thumbbeast? mhm auch gern die Breaker sind momentan Op pass auf pass auf Lanze kommt jetzt ne die stehen alle vier dahinten siehst du hat von uns einer so ein Ding dabei hier ne die Lanze ah ok der Lanze ist der Lanze Typ einer fährt links lass den links nehmen ich hab ihn ich hab ihn äh getektet hinter uns siehst du den Todeswirne? ah der 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 hinter mir ah da ist der schlanzentyp Achtung ok der Lanze Typ ist down ich versuch die Drohnen rauszunehmen bei hinter mir der Chelsea Red Wo der Spears benennst du den? ok ok oder die Lied ist Platt ich weiß hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfhhhhhhshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdi hä thissssahmenspiel comes das passiert so oft also ich bleibe auch mal hängen mit der kiste die ist ziemlich breit ja ich mag eher kompakte bilds ich baue nicht so auf pass auf die kommen hinter uns hinter ich hab die lanse aufgedeckt ja ich hab schon gesehen ok der ist jetzt kurz raus hinter mir gleich wieder hinter mir hinter mir der lanse hat mich gefressen der elite hat nichts mehr lassen links liegen ja nicht mehr leute wie hießen denn mit den fortunes das war eine spinne oder hinter uns was ja ja das machen aber ich weiß nicht ich lasse mir die lassen wir den die macht hier kommt ich will die gaben doch kann mir einer helfen hier ist der ford schon bei mir der feuer kommt jetzt muss man doch mal ein bisschen mehr konzentrieren der macht dich für dich gerade wenn der andere noch ein welches machen also ein bisschen pro wie sagt man proaktiv hier wenn ich an einen trennen bin da braucht kein zweiter wir sehen uns dann nur im weg ja also wenn ich an einem dran bin ich hätte stehen hoch dann müssen wir nicht noch an den ausstatt ich wollte es nur dass wir die halten rücken frei halten also den abschießen werde ich versuchte ja der auf die anderen gehen damit ich habe mich achten wir forchen ich will mir den feuerballtypen da ich muss weg ich muss weg ok ich lasse ihn dir ich helfe den anderen ja der feuerreiner hat mich wieder erwischt ich komme da ist der feuerreiner ich konnte nicht rechtzeitig weg jetzt habe ich ihn alles wir zusammenbleiben wird sagen den komischen wir stehen immer eine ecke den lassen wir den anderen hier den ich mache schon eine forschung typ aufrecht fett rein wenn man ihn lässt wenn er mich hinten trifft dann probiert er mich alles weg warte wir müssen warten ich mache schon vorher ich komme ich fahre jetzt rechts rum die haben die denken dass alle wir fahren da nichts ich fahre in den arsch rein wir müssen doch jetzt auch angreifen ich bin gleich drin ja los komm wir gehen beide hier rauf ich hab ihm die hälfte weggerammt nein 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 weg 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 fuck alles komplett nutzlos ich hab ihm irgendwie die hälfte vom hit weggerammt ich nehme jetzt den ich habe ihn auf den kopf ich bin voll ich bin voll ich bin nicht mehr gelegt oh der kopf wird mich immer noch ausnehmen der guck mal was der hat mir den arsch alles weggebrannt ja damit ist gut haben wir noch gerettet das ding ja ja das war ein bisschen peinlich blablabla und äh ne riebler tank was ist denn schul autokanone autokanone schnell schießen epische die macht aber auch ganz schön die schul mach die coolen dps ja die popel die ohren nicht was raus äh kann man also könnte ich recht schnell disarmen aber ich kann mich nicht lange dem tsunami voll aussetzen mhm wir müssen auf jeden fall mitklappen jaaa ist klar ja da sinds du schon voll im irgendwie ist ah damit haben sie nicht gerechnet dass wir von unten wo reinkommen ja ah ich lasse nun wird das was neee ach verdammt hab noch vor der dach ich dachte schon mal ja die apripe raus den hover hab ich genau warte ich komm ich komm ich nehm mir die bisschen vor warte warte Tsunami sind waffen mit und gleich tot nur noch eine hervor und heiß keine ahnung jetzt ich hab einen zu langen weggepatscht hab aber scheiße oja der riepe den hat nicht halt frontal leider erbt ja aber so läufts ja gut wenn man nicht alle muss ja lass mal links rum über die seite rechts ist zu offenes schussfeld boah jetzt können wir eh entspannt sein ja jetzt müssen die ja kommen eigentlich müssten die angreifen genau ja genau weil die Tsunami haben weil die können wieso nicht über die Karte so vernünftig schießen eigentlich können wir warten ja ich hab einen detektor ne ich seh das ne wo die sind ok ok rechtes seite weil ich sehe das sofort wenn sie kommen ich sehe nur zwei ja ja die andere sind noch im Cap ne wenn die anderen im Cap sind dann kommen wir doch die zwei raus oder ja da sind sie da sind sie wo hinten ist er ist ja der vorne hat denn die zwei lass uns mal durchfahren zum Cap runter raus ja jetzt sind sie wieder zusammen die sind wieder zusammen lass uns hier warten unter dem Haus ja ne warte 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 lass uns hier warten genau so dass einer da hinten rausfahren kann und wie hier rausfahren kann ja die kuscheln nämlich auch alle da zusammen ja die dürfen halt bloß keinen rausholen bei uns kurz vor drei Jahren naja da werden wir ja ja einen raus weil wir viel mehr brauchen ja was passiert wenn jetzt ein Draw ist? da haben wir gewonnen wir haben die erste Runde gewonnen ja das ist nur wenn unentschieden ist bei zwei Unentschieden geht der hinterher dann schrumpft der die Karte sozusagen ja ich mach mich mal Invis und fahr mal in den Cap dann müssen sie ja was machen ja bei dem ich schon aufgedeckt ja das auf einer hat sie unsichtbar gemacht ich decke ihn mal auf genau ja der kann mich schießen zurück 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 ich bin in Deckung alles gut da musst du weggeflattert nicht einschüchtern lassen ja alles gut cool komm wieder zu uns ähm Rickkackse wie du heißt ja wie heißt denn du ja Reis einfach oder Reis könnt ihr auch sagen ja Reis die kommen nämlich sonst rum und picken dich raus deswegen hab ich nicht Reis ja komm her wenn sie clever wären hätten sie bei uns pass auf pass auf jetzt ist der vorne jetzt musst du aufpassen jetzt müssen wir rein hier rein hier rein hier rein hier rein hier rein hier Leute das schön ist ja ich kann ja vorwärts und rückwärts gleich fahren alle ja 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 die wollen jetzt nur locken ne die wollen jetzt bei uns nicht tun ah die fahren in unser Cap ja soll sie machen wollen wir uns den letzten in der Reihe oder nehmen wir lassen mal einen Punkt machen die sind zu weit weg okay war das warte fahr ich mal vor bleib mal hier jetzt sind sie schon um ah scheiße da muss einer mal rein fahren ich mach einen Punkt fahr mal alle rein fahr mal alle rein fahr mal rein Fahen mal rein dürfen keinen Punkt machen ja die anderen zwei warten da vorne ich fahre rein ja das war jetzt kacke ja die haben jetzt auch einen punkt das schaffen wir nicht ich mach noch einen punkt dann kommst du ruhig weil sonst geht doch nicht auf wir haben einen rausgenommen ja weg fahrt weg ich hoffe es nicht ich bin gleich tot kommt raus komm mit erik ach so ihr macht weiter ja wir machen die platt ich habe noch einen raus der tsunami konnte nix machen kann ich richtig fahre ich habe ihm halt gleich zwei drei hovers runter gezogen okay wir haben die zu dritt niedergemacht den reaper denn seine waffen sind gar nicht so gut gepanzert von der seite also können wir eigentlich vielleicht das abend ich bin nicht so genau angeschaut diesen cap ane der zwei fahren hoch ich würde mich den mammuttypen also den mammuttypen würde ich erst versuchen rauszunehmen mit der harpy käppel ich bin hinter der birne es trifft auf entfernung nix firefox du bist ganz alleine dahin du musst da uns dran bleiben hinter mir hinter mir ist einer umdrehen 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 bleibt mich jetzt zu mir rüber hier bei mir er ist allein nein der ritscht mich ja wir kommen wir kommen wir kommen ich versuche den hover zu bis abend also ich kümmere mich um den hover ich bin tot leute ne denkt daran ich habe nur noch kabine und zwei räder aber ich habe einen detektor auf die klärchen einfach auf die kette ok alles gut nur noch einer übrig der spulsa ist glaube ich der ist hinten am cap muss jemand anders an den ran ich habe nur noch 99 da ist fein ich habe nur noch eine sledgehammer ich bin dran aber der fährt weg der haut ab einfach zu dritt drauf hab ihn gerade aus dem clock genommen das ist Mist der ganze scheiße lass mich doch mal wieder runter ich fahr nur noch kabine und zwei räder die haben offensichtlich alle keine struktur und da hat 9000 ps ja doch der eine der war ganz schön böse ja hier der was war das ein reaper ne der reaper tank ok oh hier schießt schon was naja der schießt den bogen mit der Mammut mit den großen Gleisketten ich fahr jetzt hier gleich gerade runter ich springe in den abhang rum ja ich auch ok alles klar hat einen pulsarshot passiert kümmere mich wieder um den hover achso ok dann nehme ich den pulsarshot ja lass uns mal da rüber fliegen äh fahren genau ich hab die happy cabin raus genommen ist das spot? ok geht da ok ok klauen jetzt wäre mit dem hat du den gibt es aufgenommen? ja ja wir spielen jetzt zu oft gewonnen wir haben fünfmal gewonnen jetzt kriegt man auf den metorg achso deswegen jetzt fahrt man nicht alle weg und müssen zusammenbleiben joker kommt zurück also die der feierbock muss also die 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 opa ginge sind alles alte männer drin wie wir oder mehr oder weniger da sind aber 60 jährige sondern so das heißen europa der redscher ist böse da krieg ich drei dinge ab dass meine waffen weg also ich muss nachher wie meine reifen und sie spucken so wie sie einen kugel daneben ja da einige mit rein ja da wird es nur locken ja aber wenn er einen punkt macht ja 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 so rein und was versprochen wenn nicht müssen wir alle vier auf ein war hier vorne sind die alle schönen in den händen und zwei leute habt ihr gesehen ob die hinter uns oh oh pass auf kommt rein 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 wir haben nur ein drive-by gemacht das geht schon los komm angriff boah die nighthub hat mich umgegabelt äh ich hole mir er ist da und ach scheiße ich bin die kapkan eine eine die redscher ist da und ok ich bin auch tot äh brauche ich Hilfe gegen den midshot-typen äh das hat er verschissen ah firebock hat es auf mich ach scheiße ich hab dich firebock hat mich überlebe hey so macht man wir hatten es nicht ganz fertig gemacht ich hatte noch drei HP schön die Opa-Gang-Clop gehabt wir kriegen sie wohl einmal loose und keinen Uran jetzt müssen sie ja zumindest dass wir aktiv werden ja ey die haben Opa-Gang so gar ein TF-X haben wir die auf Ferse gekriegt die haben vielleicht mehrere ja vielleicht waren es auch die schlechten von denen hoch die sind ja laufen hoch wie gesagt der eine hat zwei firebockse haben ist doch schon nicht schlecht wollen wir über rechts äh ja zwei links zwei rechts so machen wir das ok alles klar du kommst mit Rekaxe mit mir ja alles klar wir müssen versuchen dass wir die legendären futzen hm darf ich das sagen ja alles geht hinter uns ja ich bin gecappt scheiße ich bin down auf den Rätschel nein 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 ach die scheiß lead-talk alter komm ich hab hier zwei gegner ich bin umgefallen die müssen mich mal hinstellen ich muss mich erst mal um den anmachen komm Leute ich kann hier nicht zwei auf den anmachen ich muss mich erst mal um den anmachen hallo ich lieg ab dem dach ich ich blüpp dich ja zu spät ich lag die ganze Zeit auf dem Rücken hab ich noch nicht gesehen komm der ist noch down genau nix nix nein er hat nix mehr ja toll und die andere hat drun nix nix ne ha 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 ja das ist mein Bild ich wollte nix mehr machen ich wollte nix mehr machen dass sie halt nix zusammen wollen tanzen haben sie die neue Kabine gehabt? weiß ich gar nicht hab ich gar gesehen nein mein ist da links ne sind alle da einfach den linken voll und alle die haben die noch auf oder? hinter mir hier ist einer ja 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 hier bei mir bei mir was ist denn hier los? alter was ist denn hier los? hilf mir fingerwedge ja ich keine Panik wir haben das nicht im Griff ja 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 Mario macht das ja ja Mario macht das er hat dich mal kurz gewendet ja ja retschdinger müssen wir dann nach unten das geht wirklich alle retschen mich hier außer echt nicht ja da kommt nochmal vor ob er dich von vorne von vorne retscht ne denn dann ist das falsch aber von vorne dürfte dich eigentlich nicht retschen macht er aber die müssen schon auf dem Fußboden liegen die dinge ja ja bei mir liegen sie auf dem Fußboden die kratzen vorne schon das Problem ist äh wenn die unten liegen dann wird meine Remedy nicht mehr so geschützt vorne weißt du mit dem Schild so da kommen sie ja guck mal der hat auch jetzt aufgedeckt echt nur unsichtbar hier hinten sind sie gleich stück hier ist er noch ja hier ist er find euch wir warten alle ja du wirst wo ist doch ganz alles klar komm ich hab hier zwei als Gegner zieh dich zurück du bist allein ja wo seid ihr denn hier ist ein anderer Typ noch ja einer ihr seid zu dritt ja ich komme so wo bist du ja warum bist du alleine rein man siehst doch das Wind ja wollen wir kämpfen oder ne aber ich weiß gar nicht wer hier wen angeflammiert halt da und down ich weiß gar nicht welches Feuer hier wem gehört ich weiß gar nicht welches Feuer hier wem gehört wie come das Vielen Dank.